Bevor du Kandidaten aus Softgarden heraus zu einem zeitversetzten Videointerview einladen kannst, müssen die Video-Templates im Vorfeld in Cameo erstellt werden. In deinem Softgarden-Account siehst du die eingegangenen Bewerbungen pro ausgeschriebenen Job. Klicke auf die Bewerbung, für die du eine Einladung generieren möchtest. Um einen Bewerber zu einem Interview einzuladen, setze den Status auf Zeitversetztes Interview. Wähle nun das Interview-Template aus, für das du eine Einladung erstellen möchtest. Nun kannst du die Deadline festlegen, das heißt die Anzahl der Tage, die der Kandidat Zeit hat, um das Videointerview abzuschließen. Für die Einladung kannst du den Freitext verwenden oder eine vorgefertigte Einladung verwenden. Drücke auf Senden und der Kandidat wird zu seinem zeitversetzten Videointerview eingeladen. Der Status in Softgarden wechselt auf Assessment Ausstehend. Der Bewerber erhält seine Einladung via Softgarden per E-Mail. Hier findet er bereits alle wichtigen Informationen zu seinem Videointerview. Über den Link kann er sein Interview starten. Dies ist der Videointerviewbereich für den Kandidaten. Nach Zustimmung der Einverständniserklärung kann er sein Videointerview beginnen. Er wird mit einer Willkommensbotschaft begrüßt und kann anschließend den Mikrofon- und Webcam-Test durchführen. Ist hier alles gut, kann er mit der Beantwortung der Fragen beginnen. Über den Aufnahmebutton nimmt er seine Videoantworten auf. Die Videoantworten werden hochgeladen und der Kandidat hat die Möglichkeit, sich seine Antwort noch einmal anzusehen oder die Aufnahme noch einmal zu tätigen. Rechts hat er angezeigt, wie seine maximale Antwortszeit eingestellt ist und wie viele Aufnahmen ihm für die Frage noch verbleiben. Nach Beendigung des Videointerviews hat der Kandidat die Möglichkeit, ein Feedback zu hinterlassen. Du erhältst eine E-Mail-Benachrichtigung, dass ein Videointerview eingereicht wurde. Der Status des Bewerbers wechselt auf Assessment Abgeschlossen. Über den Link kann sich das Ergebnis direkt angesehen werden. Alternativ kommt man über den Reiter Assessment auf das abgeschlossene Videointerview. Durch den integrierten Player hat man die Möglichkeit, das abgeschlossene Video direkt in Softgarden abzuspielen. Man kann es sich komplett anschauen oder auch nur die Beantwortung einzelner Fragen auswählen. Um auch breitere Entscheidungsprozesse zu vereinfachen, kannst du einen Ergebnislink generieren, der in seiner Gültigkeit begrenzt ist. So haben auch weitere Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, sich das abgeschlossene Videointerview über einen gesicherten Link anzusehen.